Unter 22, Sascha Iancke. Als Auswechselspieler stehen bereit im Tor. Schiedsrichter ist der Kamerad Jonas Tieleski. Oh, schade! An Robin! Ich muss er einfach nur annehmen. Ich bin nicht fachig. Oh, Tor! Ja! Ach, ich bin nicht fachig! Ach, ich bin nicht fachig! Wollen Sie mit? David! David! Mit Laufen, Männer! 1, 2, 1, 2. Achtung! Applaus Gino hat das Vorteil entschieden Applaus Der war nicht eingepackt Ich hab gut gesehen von ihm 67. Spielmitte Das 3 zu 0 für Spannauer Kickers Torschützer mit der Nummer 30 Jack Crumno 4 zu 0 Jack Crumno Ich muss leider sagen, das Tor war nicht drauf. Soll ich jetzt aufhören?